Mikaela, pack deine Brüste ein. Möchte man am liebsten rufen, wenn man das Erotikmodel so am Straßenrand frieren sieht. Aber ganz profi posiert die Brünette wie ein halbnackter Bücherwurm mit Lesebrille vor einer Promotion-Tafel. Vorgestellt wird der Berlin-Thriller Steinefresser von Michael Behrendt. Was Mikaela damit zu tun hat? Ich habe mich für die Buchpromotion bereit erklärt, weil ich von dem Buch sehr überzeugt bin. Weil ich auch finde, dass man sich auch mehr für Bücher einsetzen muss. Aha, eigentlich nicht verkehrt. Aber auch eine Buchfigur soll der Dame mit ausgeprägter Textilallergie gewidmet sein. Ich spiele im Prinzip, das heißt spiele die Nicole. In dem Buch findet man eine Dame, die heißt Nicole, arbeitet in einem Fitnessstudio, ist eine Romanin. Sieht auch fast so aus wie ich und irgendwie dachte ich, oh Mensch, dann werde ich mich einfach mal in die Rolle der Nicole reinversetzen. Und mit dieser Art von Po-Air-Promotion sollten sich doch ein paar Leser für Steinefresser finden.